So etwas schon in einer Due Diligence Phase zu berücksichtigen, kann ich nur empfehlen. Also wie offen sind denn die ganz speziellen Menschen, um die es da geht, in meinetwegen Südamerika und wie offen sind denn die in Europa für Neues? Das kann man sogar auf einer Einzelebene messen, genauso wie auf einer Organisationsebene. Eine der fünf Hauptpersönlichkeitseigenschaften, die in den meisten Persönlichkeitstests gemessen werden, ist Offenheit für neue Erfahrungen. Diese Grundeigenschaft, die hilft, wenn jemand ganz anders ist. Also ich habe mich mal, ich bin relativ offen für neue Erfahrungen, hatte alles Vor- und Nachteile, aber eben auch Vorteile. Ich habe mich mal unterhalten mit Menschen aus dem Iran, die extrem konservativ waren, in meinen Augen, und die so ihre Ansichten hatten über Dinge, die wertemäßig ich sehr anders sah. Ich will da jetzt mal nicht ins Detail gehen, aber es war wirklich schon sehr extrem. Und ja, da haben die so ihre Dinge von sich gegeben. Und mich hat die Neugierde auf diese Andersartigkeit im Gespräch gehalten. Und wir haben ein sehr schönes Gespräch gehabt. Ich habe viel mehr darüber verstanden, wie man Dinge so völlig anders sehen kann als ich und habe darin auch einen Wert erkannt. Meine Werte haben sich nicht grundsätzlich geändert, aber ich habe eine Verbindung mit ihnen zusammenschaffen können. Ja, das ist auch die Idee heute, dass wir ganz unterschiedliche Sichtweisen mal zusammenbringen. Jetzt gebe ich gleich an Herrn Herzhoff. Herr Herzhoff, Sie haben die Angaben. Ja, vielen Dank. Ja, danke, Herr Timmermann, für die interessanten Ausführungen. Ich bin angestellt bei der Firma Lohmann. Wir sind ein Familienunternehmen, deswegen ist gerade diese Themen, die Sie angesprochen haben, für uns auch ganz, ganz wichtig. Und wir sind da auch schon so ein bisschen tiefer eingestiegen. Und Sie werden es dann wahrscheinlich wissen, Herr Timmermann, man kann ja die Frage stellen, ob jetzt da eine Organisation im Sinne von der Organisationstheorie Lohmann, ob ich das überhaupt, diesen Change von außen, wenn ich einen M&A mache mit Rechtsanwälten und Steuerberatern und anderen Beratern, die außerhalb einer Organisation stehen, überhaupt den Change managen kann. Also nach Lohmann ist das ja grundsätzlich sehr schwierig, vielleicht sogar unmöglich. Und wenn ich das dann zu positivistisch oder konstruktivistisch angehe, wozu eben aus meiner Sicht Rechtsanwälte oder Berater neigen, also dass sie es mathematisieren wollen, weil das vielleicht auch irgendwo erwartet wird, Stichwort Professionalität, was man darunter versteht, frage ich mich halt, ob das überhaupt möglich ist, dass durch den M&A-Prozess, so wie er heute von externen Fachleuten gemanagt wird, dieser kulturelle Change, den Sie ja auch wollen, ich auch, und dass das ein Erfolg wird zwischen Menschen, ob das überhaupt möglich und denkbar ist. Ich muss sagen, ein bisschen eine pessimistische Sicht, die ich da habe, aber ich wollte mal Ihre Meinung dazu hören. Ja, ja, schön, dass Sie sie hinlegen, dann können wir sie besprechen. Also das, ich sage immer, Extrema sind verlockend, weil sie weniger anstrengend sind. Genauso ist das als die Differenziertheit. Die Differenziertheit ist immer anstrengend. Und das Extrem zu sagen, Change lässt sich von außen ausschließlich begleiten oder überhaupt nicht begleiten und positiv bearbeiten, sind halt die Extrema. Da gibt es dann alle möglichen Gründe, die das schwierig machen, von außen etwas zu begleiten. Es gibt alle möglichen Gründe, warum das von innen auch schwierig ist. Zum Beispiel, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht und der Prophet im eigenen Lande nicht gehört wird und andere Dinge. Aber diese Extrema sind typischerweise an der Realität vorbei. Das heißt, es braucht beides. Wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Menschen aus der Organisation, mit der wir arbeiten, zusammen und machen das Ganze co-kreativ. Da gibt es dann Dinge, die von außen herangetragen werden, wie zum Beispiel Erfahrungen aus anderen Organisationen, wie zum Beispiel die Kapazität, so etwas überhaupt zu tun, wie zum Beispiel Methoden, Erfahrungswissen, Qualität auch. Also man hat nicht unbedingt sehr, sehr fitte Leute für jedes Spezialgebiet auch im eigenen Unternehmen da. Und auch eine gewisse Unabhängigkeit, die eine Ruhe und eine Freiheit und eine Lockerheit, ein etwas Kontaktvolles hereinbringen können, die von innen schwierig sind. Und von innen kommt dann häufig dieses Spezialverständnis der Organisation, die Zusammenhänge, die in Jahrzehnten gewachsenen sozialen Strukturen und ähnliches, die man nicht einfach so mathematisch analysieren kann und dann glaubt, sie zu verstehen. Und viele andere Dinge auch. Und dieses Miteinander zu verbinden und da ein Team zu schaffen, das ist letztlich die Kunst darin. Und das versuchen wir, wenn wir reingeholt werden und das heißt, wir wollen das an Sie delegieren, dann gehen wir rückwärts wieder raus. Herr Sondermann, Sie haben die Hand gehoben, werfe ich Ihnen mal an Sie. Genau, ich wollte eigentlich nochmal aufgreifen und zwar einfach auf das Angebot zumindest. Ich glaube, es gibt da genug Anwälte draußen, wo sie sagen, wir kommen das ja aus dieser technischen, technokratischen Sicht, die möglicherweise auch für Probleme der Stimmung im Prozess sorgen. Das eine Thema ist, wir kommen nicht ganz umhin, weil sie brauchen das haftungstechnisch und sie brauchen diese Arbeiten. Aber ich glaube, diese Zusammenarbeit, wie mit Herrn Timmermann, der uns möglicherweise mal sensibilisiert und wir auch klare Guidelines bekommen, was fragen wir denn, wie gehen wir auf Leute zu? Wir führen zum Beispiel auch sehr lange Diskussionen, wer sitzt auf der Gegenseite? Wie wird so ein Kaufvertragsentwurf, den ich rüberschicke, empfangen? Ist das dort eher, sagen wir mal, das hanseatische Handschlag oder eher so eine Bazarverhandlungsatmosphäre, die erwartet wird? Welche Menschen sitzen dort? Bevor wir was schicken, ruft man vielleicht eher an. Also diese ganzen Kommunikativthemen sind wir, glaube ich, Berater, ganz viele, glaube ich, wären sehr dankbar, wenn wir diesen hochprofessionellen Input von vielen anderen, die viel dichter an den Menschen dran sind, wenn dieser Austausch zwischen den Teams stattfinden würde, weil dann, weil es ist ja nicht so, dass die, das jetzt einmal Steuerberater, Anwälte oder per se komplett taub auf diesem Ohr sind. Nur, ich glaube, wir kriegen teilweise auch gar nicht genug Input. Vielleicht fragen wir auch nicht genug nach, um sicherzugehen, dass durch die Art und Weise, wie wir einfach nur sauber, brav abarbeiten, aber nicht möglicherweise Störfeuer und Sand ins Getriebe streuen, ohne es zu wollen und zu merken. Und deswegen diese Interdisziplinität des Teams, und deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir diese Runde hier haben, dass man eben sich mehr zusammensetzt, weil die Themen sind alle miteinander verbogen und der Entscheider muss am Schluss alles zusammenbringen. Aber je besser wir schon in der Zusammenarbeit gebündelte Ergebnisse liefern, auch auf diese Soft-Faktoren Rücksicht nehmen und dann sagen, vielleicht lasse ich jetzt das juristische Thema einfach mal weg, das ist jetzt irrelevant, aber dann trete ich dem anderen auf die Küste, der hat keine Kapazität mehr und bevor der sauer wird, dann lassen wir es eben weg und kriegen wir es für die Garantie nicht auch gut hin, dann lässt man eben fünf gerade sein und hat das Thema erledigt. Also solche Diskussionen würde ich eigentlich gerne mehr führen. Und deswegen nur dieser Appell vielleicht auch auf uns Anwälte oder anderen Berater zuzugehen, genau mit diesen Soft-Themen, damit wir sicherstellen, dass wir unseren Beitrag, wir leisten den nur dienenden kleinen Beitrag, aber in den Dienst der gesamten Sache stellen. Und am Schluss geht es immer um Menschen und es geht nie um den Report und um die Technik. Ja, also Lermann, ganz herzlichen Dank. Sie haben ein zentrales Thema nochmal angesprochen, nämlich das Thema Technik versus Mensch und mit der immer weitergehenden Digitalisierung ist das Ganze nicht gemacht und einen M&A-Prozess ganz lieblos als ein Mensch-Maschine-System anzusehen, das geht überhaupt nicht. Ich denke, wenn wir an die Grundgedanken zurückkommen, uns da richtig verhalten, vielleicht sind wir da nicht schlecht beraten. Wir haben natürlich auf der einen Seite denjenigen, der es Geld gibt und der meint, er hätte die Macht, nur alles zu entscheiden. Aber warum kauft er? Er kauft doch deshalb, weil er Kompetenz kauft. Ein kompetentes Unternehmen, das repräsentiert wird durch Kompetenzträger. Und diese Kompetenzträger, die geht es einzubinden. Und die Einbindung funktioniert natürlich nur, wenn ich durch ein entsprechendes Teaming den Start hinbekomme. Und wann kann das Teaming rechtlich gemacht werden? Formal, erst nach dem Closing. Es gibt aber auch Möglichkeiten, das sprengt heute ein bisschen, die Veranstaltung schon vor dem Closing das Ganze zu machen. Herr Timmer hat es auch angesprochen, es gibt Möglichkeiten nach Outside-In, das heißt über das Internet, Signale auszustalten und so weiter. Und was ich gleich betonen möchte, schon beim Screening ist auf das Thema Change zu achten. Passt das denn überhaupt? Das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium. Und Sie haben es vielleicht in meiner Folie gesehen, dass dieser Change-Prozess, den ich reingemalt habe, der längste ist. Ich sehe schon beim Screening eine Notwendigkeit und ich sehe die Notwendigkeit auch über das formale Ende hinaus. Weil wenn ich das dann mit dem formalen Ende als beendet ansehe, ist das Risiko viel zu groß, dass plötzlich wieder alte Seilschaften nach vorn kommen, dass der Käufer das Ganze dominiert und dass dieses Teaming dann wieder verloren geht. Also insofern, ich habe ein kompliziertes Bild gezeigt, aber dieses Bild versucht ja, die verschiedenen Aspekte mit zu integrieren. So, ich mache jetzt meine Versprechung wahr und öffne die ganze Diskussion nicht doch weiter. Es ist natürlich ein kleiner Schritt in einer großen Herausforderung der Menschheit, denn die großen Veränderungen, die entstehen immer, wenn ganz neue Sachen zusammenkommen. Und M&A, glaube ich, ist eine der großen Geschichten. Groß ist immer relativ. Für ein kleines Unternehmen kann ein kleines M&A riesengroß sein, und für ein großes, kann ein großes ganz groß sein. Also, ich würde mich freuen, wenn wir auch wieder mal zusammenkommen, vielleicht mit einer erweiterten Fragestellung. Wir haben die Fragen heute nur angerissen und mir ging es heute darum, eben verschiedene Sichtweisen einfach mal exemplarisch zu beleuchten, dankenswerterweise durch drei Kompetenzträger, die jeweils aus ihrer Warte, ich denke mal, hohes Gewicht beigebracht haben. Sie erlauben es mir, dass ich jetzt rigoros die Veranstaltung abschließe. Danke nochmal allen, die vorgetragen haben. Danke allen, die sich eingewählt haben. Und viele, die sich nicht eingewählt haben, die haben dann noch die Chance, indem die Aufnahme dann produziert ist, dass wir sie verbreiten. Und ich bin sehr dankbar, dass ich sehr, sehr viel angemeldet habe. Insofern hoffe ich mal, dass das, was wir hier gemacht haben, auch einen großen Impact hat. Und nicht immer bis das Ende...